Yeah Leute, willkommen zurück zu Metal Gear Solid. Es freut mich unheimlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, wir haben jetzt das mit den Hunden geschafft, den letzten Part, sagen wir es mal so. Und jetzt gehen wir einfach mal da durch. Überall Minen. Ich gehe voraus. Bleiben Sie zurück, okay? Der Radar funktioniert nicht. Wir können sie so nicht entdecken. Ich erledige das. Was denken Sie? Ziemlich gut, ha? Vorher wussten Sie, wo die Minen sind? Das klingt seltsam, aber als Mantis in meine Gedanken einbrang, konnte ich sehen, wo die Minen waren. Beeindruckt? Naja, ein bisschen. Nur ein bisschen? Meryl. Was ist los? Meryl, runter! Meryl! Meryl! Ich bin wohl doch ein grünen Schnabel. Meryl, die wollen mich! Das weiß ich auch. Das ist der älteste Trick der Welt. Der Scharfschütze verwendet mich als Köder. Verdammt! Erschießen Sie mich! Nein! Meine Pistole, ich... Ich komme nicht dran! Nicht bewegen! Ich hab's versprochen. Ich werde Sie nicht behindern. Ich... kann... noch helfen. Ich will Ihnen helfen. Ruhig jetzt! Sparen Sie Ihre Kraft! So dumm von mir. Ich wollte es als Tatin sein. Aber Krieg ist hässlich. Da ist nichts Heldenhaftes dran. Snake, bitte! Retten Sie sich! Leben Sie und glauben Sie an die Menschen! Vergessen Sie mich nicht! Gehen Sie schon! Meryl! Mist! Snake, es ist eine Falle. Typischer Scharfschützentrick. Der Scharfschütze wartet, bis sie ihr helfen. Dann erledigt er Sie. Tun Sie's nicht! Es muss Sniper Wolf sein. Fuchshorns bester Killer. Scharfschützen arbeiten gewöhnlich zu zweit. Aber Sie nicht. Ich kenne Sie. Sie kann Stunden, Tage oder Wochen warten. Es ist ihr egal. Sie beobachtet und wartet auf Ihre Chance. Vielleicht. Aber Meryl kann nicht so lange warten. Snake, können Sie Wolf von Ihrer Position aussehen? Zwischen hier und dem Turm gibt es kein Versteck. Sie muss im zweiten Stock im Turm sein. Wenn Sie im Sendeturm ist, haben Sie Probleme. Eine perfekte Scharfschützenposition. Auf diese Distanz können Sie sie mit normalen Waffen nicht treffen. Sie brauchen ein Scharfschützengewehr. Colonel, keine Sorge. Ich werde Meryl retten. Egal wie. Okay. Danke. Was ist los, Naomi? Ich wundere mich. Ich wundere mich bloß, dass Sie willig sind, sich aufzuopfern. Sie haben die Gene eines Soldaten, nicht die eines Retters. Wollen Sie damit sagen, ich will nur meine eigene Haut retten? So weit gehe ich nicht, aber... Meine Gene interessieren mich nicht. Ich folge nur meinem Instinkt. Wie ein Tier. Ich werde Meryl retten. Ich brauche keinen Grund. Okay. Ich tue es nicht für jemand anderen. Ich rette sie, weil ich es will. Keine Sorge, Colonel. Danke, Snake. Ich verstehe schon. Tut mir leid. Ottakon, hast du auf der Basis hier ein Scharfschützengewehr gesehen? Scharfschützengewehr? Meryl hat es erwischt. Es war ein echter Profi. Sniper. Dagegen brauche ich ein hochwertiges Scharfschützengewehr. Da war ein PSG-1 in der Waffenkammer im zweiten Untergeschoss des Panzerhangars. Im zweiten Untergeschoss im Panzerhangar? Ich muss ganz dahin zurück. Ähm, ja. Was ist los, Ottakon? Ach, nichts, nichts. Ja, okay. Ich sage jetzt mal, wir müssen da jetzt ganz weit zurückgehen und das wird richtig lange werden. Aber wir haben ja Zeit, ne? Ähm, ja. Was Ottakon betrifft, werden wir in Bezug auf Sniper, ich sage jetzt mal noch nicht vorweg, was da genau los ist. Aber wir werden noch mehr oder weniger mitkriegen, dass da etwas mehr hinterhintersteckt. So, ich hoffe, ich erwische diese scheiß Köter nicht. Ich habe nichts gegen Köter, wie gesagt, ich bin sogar ein Tierfreund. Aber die haben mich ja im letzten Part gekillt und darauf habe ich jetzt keinen Bock. Ehrlich gesagt. Okay, das wundert mich jetzt. Okay, scheiße, habe ich schon gesehen, aber scheißegal. Ich flüchte trotzdem. Okay, ja, wir müssen jetzt dahin zurück, wo wir quasi die Farmers und die Socom gefunden haben, beziehungsweise wo wir Revolver Ocelot besiegt haben. Okay, jetzt bin ich wieder zu weit gerannt. Ist aber auch wurscht. So. Ja, ganz dahin zurück. Das wird ein langer Marsch. Ich könnte den auch zurückschneiden, beziehungsweise wegschneiden, aber ich lasse das mal drinnen, weil, ja, es gehört einfach zum Spiel, ne? Da ist auch nichts mehr, weil normalerweise respawnen da die Gegenstände, aber offenbar hier nicht. Ja, das ist das Büro vom Commander oder auch das Kampffeld von Psycho Mantis gewesen. Richtig geiler Fight gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Und ich kann nur hoffen, dass sich jetzt momentan die Aufnahme nicht wieder aufhängt. Wie gesagt, ich hatte da in der letzten Zeit extreme Aufnahmeprobleme. Ich meine, mich persönlich stört es eh nicht, dass ich die Parts zusammenrendern muss oder auseinandertrennen muss, aber es ist einfach dennoch extrem scheiße, das immer wieder machen zu müssen, weil, ja, es erfordert viel Zeit und viel Geschick, sagt man ehrlich, wie es ist. Und, ja, ich glaube, wir sind sogar schon da, oder? Ne, wir müssen ja ganz zurück, sorry Leute, wir müssen ja sogar durch die, durch diesen Gasgang, ne? Also da, wo das Gas herausgekommen ist. So. Und ich hoffe, dieser Wichse hier sieht mich nicht gleich. Bitte dreh die andere Richtung ein. Naja, ausgerechnet in unsere Richtung muss er gehen. Arsch. Ja, hier kann ich wieder keine Waffen benutzen. Das ist auch doof. Ich muss wirklich warten, bis er vorbeigekommen ist. Ich trinke mal einen Schluck Prost. Falls ich gerade etwas angespannt wirke. Ich habe jetzt die ganze Nacht lang einiges an Let's Plays aufgenommen. Ich sage jetzt nicht, welche. Aber, ja, es waren ja doch einige. Also das, was quasi zukünftig für euch kommt. So, jetzt ist er vorbei. Ja, ich hätte ihn jetzt auch von hinten erledigen können, aber das wollte ich jetzt nicht, weil, ja, das kommt auch ein bisschen doof, wenn ich ihn jetzt einfach erledigen würde. Ist hier keiner mehr. Ich dachte, hier würde jemand sein. Ja, egal. Wir sammeln mal alles ein. Auch wenn es nicht Schaftgranaten sind. Und auf dem Schneefeld, kann ich jetzt schon mal sagen, wird auch wieder einiges Nützliches für uns liegen. Ich hoffe, dass ein paar Rationen da sind, weil ich kann von Glück reden, wenn wir noch mindestens eine Ration kriegen. Weil der Kampf gegen Sniper Wolf wird nicht gerade einfach sein. Ganz und gar nicht. Und eigentlich hatte ich eigentlich geplant, dass ich längere Sessions mache. So mit mindestens ein, zwei Stunden. Aber durch die scheiß Aufnahmeprobleme, dadurch, dass Fraps immer wieder abkackt, beziehungsweise mein Free Sound Record immer wieder Probleme gibt, komme ich einfach nicht dazu. Weil dann hast du nach ungefähr einer Stunde, ehrlich gesagt, keinen Bock mehr auf Aufnehmen. Ich sage es, wie es ist. Und deswegen hoffe ich, dass das heute besser läuft. So. Raus mit dir, Snake. Einfach nur raus mit dir. So, und hier brauchen wir eindeutig Jaff-Granaten. Und wenn es geht, den Minendetektor. Weil ich will unbedingt sehen, wo hier noch Minen sind, ne. Und sie sind natürlich ganz nahe, ne. Aber jetzt sehe ich sie momentan leider nicht. Deswegen krieche ich jetzt einfach mal. Ja, ich muss leider kriechen, weil sonst erwischen mich ja diese scheiß Minen. Ob ich alle einsammle? Ja, Zeit haben wir ja. Sammeln wir mal alle ein. Ich kann sowieso bloß eine gewisse Anzahl mitnehmen. Ja, die haben eine ziemlich lange Reichweite, diese scheiß Kameras, die auch ballern können. Ich sage immer Schießkameras. So, und da ist auch noch eine. Ja, da hinten, glaube ich, ist sogar noch eine Ration, die werde ich natürlich mitnehmen. Ja. Nein. Ja, schieß mich ab, du Scheißteil. Ist schon gut. Okay, die Clermormine habe ich eingesammelt. Das heißt, ich sammle mal das hier ein. Okay, das sind Scharfgranaten. Und eine Ration, super. Auf das kam es mir in erster Linie an. Und jetzt schmeiße ich das Teil mal. Und krieche schon mal. Ja, das Teil soll schießen, was es will. Ist mir jetzt scheißegal. Okay, das sind auch normale Granaten. Ja, aber hier kommt man einfach mit Kriechen besser voran, weil man halt automatisch diese Gegenstände einsammelt. Deswegen will ich das so. Ja, und diese scheiß Überwachungskameras. Ja, jetzt können sie mich noch erwischen. Nein! Jetzt wollte ich, gerade in diesem Moment wollte ich eigentlich die Rationen reinpacken. Ja, das war jetzt dumm von mir. Scheiße. Und ich lasse das auch. Nur damit ihr es wisst, ich lasse das auch drinnen. Ich versuche so wenig wie möglich, ehrlich gesagt, rauszuschneiden, weil... Ja, es ist im Prinzip immer sehr wichtig, hier alles zu wissen oder zu sehen. Und deswegen lasse ich das alles bei Gelegenheit drinnen. Und wenn ich jetzt ein zweites Mal fehlen würde... Ah, jetzt sind die Mine weg. Okay, das könnte mir auch einer früher sagen. Was? Ach so, ich habe keinen Minendetektor drinnen gehabt. Okay, das war jetzt mein Fehler. Ich dachte mir schon, die Mine können doch nicht weg sein. Das geht's doch gar nicht, ne? Ja, da habe ich jetzt ein bisschen... ...in den Arsch gegriffen. Ja, und die... ...die Kamera reicht nicht so weit. Hi, hi, hi. Aber die zieht ganz schön was ab, muss ich ehrlich sagen. Jawohl. Ja, jetzt kannst du mich kreuzweisen mit deiner scheiß Schießerei hier. Schaffgrenaten. Und natürlich auch Rationen. Nicht Rationen, sondern Rationen. Hätte ich jetzt wieder fast falsch gesagt, ne? Ich glaube gar nicht, dass da unten noch... ...Minen waren. Aber ich renne da jetzt einfach mal... ...trotzdem... ...hier auf der Seite mal entlang. Und jetzt kriege ich wieder... ...ja, ich gehe auf Nummer sicher, weil ich will nicht, dass mir irgendein Scheiß... ...so eine scheiß Mine wieder so viel abzieht. Ja, seht ihr, genau hier in diesem Gebiet wären so viele gewesen. Und das habe ich jetzt quasi vermieden. Jetzt schaue ich mal, ob ich noch eine einsammeln kann. Ja, die habe ich noch gekriegt. Warum sie das übrigens nochmal vermieden haben, verstehe ich eh nicht ganz. Weil, ja gut, es ist geplant, dass man noch einmal zurück muss. Aber danach werden wir nicht mehr zurückkommen. Weil ich kann jetzt schon mal sagen, es wird nachher relativ schnell gehen, dass wir sogar auf CD2 kommen. Ich sage jetzt noch nicht wie viel, aber es dauert nicht mehr zu lange. Weil das Spiel ist im Prinzip... ...ja, einigermaßen schnell durchgespielt. So, und jetzt haben wir es geschafft. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das mit der Tür jetzt läuft. Ob da jetzt noch irgendwas mit Gas ist, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber falls da noch was ist, haben wir es ja gleich, ne? Ähm. Ich hole mal schnell die Zigaretten. Ne, anscheinend ist da gar nichts mehr, okay. Dann können wir da einfach durchrennen. Ist auch cool. Es spart uns jede Menge Zeit. Ja, weil das haben wir... Weil ich könnte sagen, das Minenfeld nimmt am meisten in Anspruch. Weil man eben so scheißdämlich durchrennen muss. Und natürlich werden wir uns das Sniper gleich mal erklären lassen von Nastascha. Dann haben wir es auch hinter uns. Im zweiten oder im ersten? Ich glaube, im zweiten war das. Ja, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, ehrlich gesagt. Ich habe so kurz der Gedächtnis zeitig... Oh, 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 oh. Okay, das sind einige Wachen. Ja, die werde ich wohl oder übel sogar ausschalten. Ich tue es nicht gerne, aber die stören einfach gerade. Jetzt müsste ich natürlich wissen... Jetzt müsste ich natürlich genau wissen... Ähm... Ja gut, das ist die fünfte Karte, also müsste es eigentlich hier drin sein, ne? Oha! Oha, okay. Ähm... Das Nachtsichtgerät geht übrigens auch. Das werde ich jetzt gleich mal ausrüsten. Oder auch nicht. Ähm... Brauche ich wieder die Zigaretten, oder was? Kaum schon. Sie haben ein PSG-1? Benutzen Sie das gegen Slifer Wolf. Gelb, hätten Sie Meryl. Ja, Campbell. Ich halte mich eh daran. Ich finde das... Ich finde das von der Story her so richtig schön gemacht, ehrlich gesagt. Ähm... Dass er jetzt auf einmal doch einen auf Retter macht, weil normalerweise habt ihr es ja mitgekriegt. Ist Snake eher... Boah. Nein! Doch eher der... Doch eher der Egoist sei jetzt einfach mal, unter Anführungszeichen. Okay, jetzt muss ich rennen. Das tut mir jetzt schrecklich leid, aber... Jetzt muss ich laufen. Damit mich diese Arschgeigen... ...nicht mehr finden. Und da züge ich einfach mal hier rein, ne? Höh? So. Aber wir lassen uns gleich mal das Scharfschützengewehr... ... von Nastascha erklären. Damit wir das mal hinter uns haben. Nein! Ja doch. Schnell. Snake, der Raum ist voller Infrarot-Sense. Ja, okay. Das wollte ich eigentlich nicht wissen, Süße. Das wollte ich eher nicht wissen. Okay, jetzt kommt da auch so ein Arsch. Ja, den erledige ich jetzt schnell. Ja, weil ich will den nicht in meiner... ...in meiner Umgebung haben. Ja, da hat auch was gedroppt. Ich hab's schon gehört. Dann rufen wir jetzt schnell... ...Nastascha an. So, kommt Bullet. Obwohl wir eigentlich genug haben, ne? So, rufen wir schnell Nastascha an. Ausgezeichnet! Ein PSG-1. Eins der besten Scharfschützengewehre der Welt. Damit können Sie sauber aus 100 Metern Entfernung... ...durch ein 2,5 Zentimeter großes Quadrat schießen. Das PSG-1 ist insofern einmalig, als es nicht mit Bolzen... ...sondern halbautomatisch funktioniert. So können Sie sehr schnell feuern. Über weite Entfernungen bedeutet das kleinste Zittern... ...ein Fehlschuss um mehrere Zentimeter. Halten Sie die Hände so ruhig wie möglich. Okay. Dann kann ich ja jetzt schon mal sagen. Deswegen haben wir nämlich auch das Diazepam bekommen. Weil das Diazepam ist quasi eine Art Nervenmedizin... ...beziehungsweise eine Art Nervenberuhigung. Wenn wir das nehmen während des Kampfes... ...dann ist Snake einfach... ...woah, okay. Die Wachen kommen ausgeleitet jetzt in dieser Nähe. Das ist schlecht. Weil mit dem Diazepam, kurz gesagt... ...nein! Das war so klar. Ausgerechnet auf einer Falltür bleibe ich stehen. Boah, wie dumm muss man sein. Ohne Scheiß. Jetzt muss ich schauen, ob ich das PSG-1 noch habe. Okay, jetzt muss ich es nochmal holen. Macht allerdings nichts. Den Typen mache ich nochmal schnell kalt. Es muss zwar nicht sein, aber... ...ich tue es einfach mal, weil... ...die stören mich sonst, diese Arschlöcher. Es tut mir übrigens leid, dass ich immer so verbal bin, aber das ist halt meine Art. Ich sag's ehrlich, wie es ist. Darin müsst ihr euch einfach gewöhnen. Oh shit. Ja, beim ersten Mal lief's alles glatt. Warum jetzt nicht mehr? Verfickt nochmal. Hab mich der Arsch jetzt gesehen? Ich hoffe nicht. Ja, genau. Der Alarm war schon weg. Pisser. Ja, okay. Jetzt bleibe ich hier drinnen stehen, weil... ...jetzt will ich... Nein! Okay, das ist jetzt direkt fast peinlich. Ja, das war meine Schuld. Ich weiß. Boah, das... Nee, es ärgert mich nicht, aber... ...das ist ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Weil ich mir einfach denke... ...weil ich mir einfach denke, das hätte nicht passieren müssen, ne? So, und der Arsch da unten. Ja, gut, dann gehe ich dem mal entgegen. Wieder dasselbe wie vorher! Das kann's jetzt echt nicht sein, oder? Nein! Okay, wir haben jetzt eine Reingelei von uns. Und das ist das dritte Mal in Folge. Ich meine... ...was ist heute mit mir los, Leute? Hm, egal. Ja, gut, egal, das ist nicht, aber peinlich. An einer Stelle so zu verlosen. Dann lade ich gleich mal nach, würde ich sagen. Okay, jetzt droppt er wieder nichts, der Arisch. Okay, jetzt ist alles glatt gegangen. Super. Weil da steht nämlich leider Gottes genau... Ah, ich kann eine Ration nehmen, aber zuerst muss ich eine hernehmen. Mhm. Ja, dann kann ich die nehmen. Super. Und jetzt holen wir uns das PSG1. Und jetzt weiß ich auch ungefähr... Okay, Snake bewegt sich, ehrlich gesagt, momentan gerade ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt. Boah. Ja, es ist nicht so leicht, wie es aussieht, ehrlich gesagt. Ganz im Gegenteil. Das ist nicht so leicht, wie es aussieht, wie es aussieht, wie es aussieht, wie es aussieht, wie es aussieht. Oh, oh, oh. Ah, der schießt noch auf mich. Okay. Ne, ne, ne. Ich flüchte da jetzt. Ich flüchte jetzt so lange, bis mich diese Arisch geigen. Okay. Die lassen mich offensichtlich nicht in Ruhe, egal was ich mache. Jetzt habe ich eine Ration eingesammelt und die lassen mich nicht einmal mit der Ration flüchten. Jetzt flüchte ich einfach da rein. Jetzt habe ich echt keinen Bock mehr. Ah! Ich wollte es gerade sagen, das sind Arschgeigen, das ist ein Wahnsinn. Jetzt habe ich nur noch eine Ration. Boah, wollt ihr mich dann ins Knie ficken? Sorry für Verbalität, aber... Okay, jetzt habe ich keine Ration mehr. Bringt es was, wenn ich jetzt hier reingehe.